Es gibt schlechte Einige, die zum ersten Mal hier sind in einem Lobpreis und es ist eine ganz zum ersten Mal, die wirklich einen Gottesdienst in dieser Form sind. Aber ich sage euch, es gibt einen ganz bestimmten Grund, weswegen wir hier in dieser Konstellation sitzen. Weil Gott uns berufen hat, hier in seinem Haus zusammen zu kommen. Egal aus welcher Kultur, aus welchem Land, aus welcher Altersgruppe, von Jung bis Alt, sind wir hier alle zusammen. Unsere Altersgruppe, zum ersten Mal. Ihr habt euch gesehen, dass jedes Mal, jedes Mal, wo Gott etwas mit uns verbringen wollte, er hat es immer mit einem Menschen begonnen. Aber da wurde es für mich klar. Da habe ich verstanden. Ohne mich kann Gott auf dieser Welt Nächste werden. Und in meinem Willen, wenn ich zu Gott Nein sage, hätte er auch nichts tun. Ich möchte, dass du einmal sagst, ohne Gott, ohne dich kann Gott nichts tun. Ja, aber doch, sag, 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 sag. Sag, sag, sag. Ich finde, dass du einmal mit dir bist. Ich finde, dass du einmal mit dir bist. Ich bin mir gesagt. Wach. Ich klopfe. Und ich komme nur rein. Nur rein. Ich werde die Tür niemals durchbrechen. Ich komme nur rein, wenn die Tür nicht durchbrechen. Ich komme nur rein, wenn die Tür nicht durchbrechen. Ich komme nur rein. Ich komme nur rein. Ich komme nur rein. Ich komme nur rein. Es soll natürlich nicht bei dieser Veranstaltung bleiben, sondern wir haben hier die Möglichkeit, einfach einen Raum zu schaffen für junge Leute aus verschiedenen Gemeinden. Darum heißt es ja auch das Ökumenische Forum hier in der HafenCity. Und wir wollen euch wirklich einladen dazu, hier regelmäßig herzukommen. Hier gibt es Seminarräume, die man nutzen kann. Hier gibt es diese Kapelle, die man nutzen kann. Und wir werden auf jeden Fall uns wiedersehen am 14.02. im neuen Jahr. Dort wird es dann, an diesem Tag wird es dann ein, ja, ein gemeinsamer Kurs. Und wir werden auf jeden Fall uns wiedersehen am 14.02. im neuen Jahr. Und wir werden auf jeden Fall uns wiedersehen am 14.02. im neuen Jahr. In den letzten Tagen eine liξ Within an Tod. Und wir werden auf jeden Fall nur anschauen am 14.03. 어도 eine schnelle Liebe auf jeden Fall. Zum Schml auch von 0.02.